Musik Vor fast 30 Jahren haben wir hier in Möhringen angefangen, Schule zu bauen. Die Schule ist gewachsen. Von einer Klasse ist inzwischen fast 1200 Schüler in vier Schularten. Wir sind begeistert, was Gott hier baut. Vor zwei Jahren wurden wir nach Kornthal gerufen. Wir sind begeistert, zu sehen, wie diese kleine Grundschule da immer weiter wächst. Guten Morgen, Frau Reif. Also, ich bin leidenschaftlich gerne Lehrerin. Ich liebe Schule, dass Kinder gebildet werden. Das fasziniert mich, dass es ein Ort gibt, wo Kinder lernen können. Ich liebe Gott über alles. Und dass es Schule gibt, wo auch Gott im Mittelpunkt stehen darf, ist für mich ein ganz großes Geschenk. Und deshalb liebe ich christliche Schule. Der Gründer dieser Stadt hier in Kornthal, Hoffmann, hat gesagt, wir wollen Kinder zu brauchbaren Bürgern dieser und jener Welt erziehen. Was ist christliche Schule mehr als genau das? Wir sind ja gleich sehr, 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 sehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020